Wie hoch ist die Nutzungsausfallentschädigung von meinem Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall? Nutzungsausfallentschädigung nach einem Verkehrsunfall. Was müsst ihr wissen? Ihr hattet einen Verkehrsunfall, an dem ihr nicht schuld seid, also die Gegenseite muss 100% eurer Kosten, eures Schadens übernehmen. Dann könnt ihr euch aussuchen, nehme ich zum Beispiel während der Reparatur ein Ersatzfahrzeug, miete ich ein Fahrzeug an oder nehme ich eine pauschale Nutzungsausfallentschädigung. Diese Nutzungsausfallentschädigung bekommt ihr nur dann, wenn ihr eine fühlbare Beeinträchtigung habt. Heißt zum Beispiel, ihr habt zu Hause zwei Autos, eins verunfallt, ihr könnt das andere nehmen, bekommt ihr keine Nutzungsausfallentschädigung. Ansonsten, wenn das Auto nach dem Unfall noch fahrbereit verkehrssicher war, bekommt ihr diese Nutzungsausfallentschädigung während der Reparatur. War das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit verkehrssicher, kriegt ihr die Nutzungsausfallentschädigung ab dem ersten Tag und dann so lange wie die Reparatur dauert. Liegt ein Totalschaden vor, bekommt ihr die Nutzungsausfallentschädigung so lange wie es dauert, ein Ersatzfahrzeug anzumieten. Höchstens bis zur Wiederbeschaffungsdauer, die steht im Gutachten. Bei Fahrzeugen, die älter als fünf Jahre sind, gibt es eine Herabstufung in der entsprechenden Nutzungsausfalltabelle. Sagt da gleich was zu, bei Fahrzeugen, die älter als zehn Jahre sind, wird sogar zwei Stufen herabgestuft. Bei der Nutzungsausfallentschädigung, die ist nach Gruppen eingeteilt, das geht von A bis L und die Beträge gehen von 23 Euro bis 175 Euro pro Tag. Im Durchschnitt reden wir meistens bei so üblichen Fahrzeugen Gruppe 3, 4, 5. Da liegen die Beträge zum Beispiel bei 35, 38 oder 43 Euro pro Tag. Da liegen die Beträge zum Beispiel bei 30 Euro pro Tag.